hallo und recht herzlich willkommen zu seven days to deine alpha 15 wir sind zu viert mittlerweile der liebe spieler kaiser hat zu uns gefunden hallo servus ansonsten minias und natürlich jack fleisch haben wir dabei. Hallöchen. Guten tag. Sag mal spieler kaiser. Ja. Spieler kaiser. Brauchst einen Splint? Versicherung muss greifen oder was. Kann man dich auch mit richtigen Namen ansprechen oder? Machst du doch. Dann nenn ihn doch spiele kaiser. Mein älter Mann grausam. Mein älter Mann grausam. Frau kaiser sind sie sicher dass sie ihn so ein spiel nennen wollen? Ja. Danke mama. Super. Grüße gehen raus an die mutti von spiele. Oh. Verzappel Philipp. Hallo. Ey sag mal die treffen mich echt auf die. Was meinst du denn? Du bist dann auch so statisch und der Köhr kommt auf mich zu. Naja. Nee spring doch weg. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ich bin ein Baum. Die haltet doch schon wieder alle aus. Wo ist auch da? Ja. Knüppelt ihn. Boah. Vater ey. Ja. Wir kommen beim Splatter Simulator. Ab in Schnee heißt das jetzt. Ab in Schnee. Oh schön. Ich ziehe meinen Mantel an. Ich ziehe meinen ähm. Schwarze Mütze. Du hast nen Mantel? Mhm. Eckart Federn. Ihr habt Mäntel. Eckart Federn. Lassen wir die so ein bisschen in Ruhe oder? Bis wir da sind. Ja ja ja. Das gibt riesen Pfeife. Das dauert bis sie liegen. Dann lass uns straight gehen ja. Ja. Äh. Straight ist Berg. Oh oh. Straight ist schwierig. Oh. Äh. Hallo. Okay. Hol den Schlitten raus. Eieieiei. Das wär geil ja. Ein Schlitten. Scheiß aufs Minibike. Kann man hier runter? Ja. Ja. Ui. Lassen wir da wieder hoch oder? Au au au. Okay. Es geht nicht. Geht nicht. Müssen wir links hoch. Das ist ein Schwein? Okay. Das ist ein Schwein? Ne. Warte mal. Das ist immer. Na gut. Was dann? Nicht? Na doch. Das Arme. Das ist schon. Ja gut. Wir brauchen das Leder. Ja. Wir brauchen das Leder. Wir brauchen das Essen. Das ist schon alles richtig. Aber dann stinke ich wieder. Und dann heiße ich wieder. Ähm. Stinkst du denn? Ja nur nur zusätzlich nach Fleisch. Zusätzlich nach Fleisch. Gar kein Problem. Unprofessionell. Was? Moment. Was? Was? Oh. Oh. Ich hab'n. Ähh. Jackie. Ich hab' was für dich. Wo ist denn? Wo bist du denn? Ich seh'n nicht. Hier ist es blau. Ja stimmt. Du bist es blau. Na toll. Was macht das? Jetzt hier. Ich werf'n. Ist zwar nicht besonders levelig, aber auf jeden Fall. Levelig. I like it lit. I like it lit. Levelig. Komm, es regnet wie die Sau. Mach mal Musik. Da hinten ist ne Stadt. Mach mal Musik. Wir laufen. Mach mal Musik mit der Bene jetzt hier. Rechts hoch, oder? Mhm. Wenn ihr hier mal runter guckt, da hinten ist ne Stadt. Also so in südlicher Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr die schon hattet oder gesehen habt. Ne, hatten wir noch nicht. Dann markier ich die mal irgendwie so. Südliche Richtung ist gut. Pass auf. Bewege dich. Bewege dich. Spiele, Kaiser. Bewege dich. Ja. Gehen wir jetzt links in Berghohe oder rechts in Berghohe? Danke. Oh Gott. Wow. Was? War das? Bewege dich noch mal. Okay. Danke. Er frisst an dir. Du blöder Typ. Ja. Ja, ich glaub, die zwei sind zu stark. Ja. Wo seid ihr denn? Ich muss mir mal aufschreiben. Hier, jetzt kurz. Ähm. Na, warte mal. In dem Fall schmeiß ich das Fleisch weg. Tschüss. Wir müssen mir mal helfen. Ich hab' ja den Jack, der Jack getötet hat. Nicht sterben. Okay. Ja. Versuche zu kommen. Sieht mir das nicht. Der guckt nicht auf dem Weg. Ah doch. Jetzt sehe ich dich da oben. Mann. Ist das der hier? Da oben ist auch noch einer. Boah. Mann. Ey, ganzer Holzfäller-Verein hier. Und noch einer. Alter Schwede. Ne, ist da glaub ich ein Holzfäller. Ist eher ein Kanadier oder so. Ja. Mann, ey. Lumber. Lumber-Tick. Er ist der Linken. Er ist der Linken. Er ist der Linken. Ja, ja. Es kommen bestimmt noch mehr. Gingt einer von euch noch, oder? Ich hab nix eingesteckt. Ja, gut. Siehst du genau, ich stank. Aber ich hab auf blöder Weise ein Nest gelootet in seiner Nähe. Das mocht er nicht. Ach so. Er hat geschaut. Guck mal, da kommen eins, zwei, drei, vier, fünf. Mann, Mann, Mann. Sechs. Da unten kommen auch noch zwei. Das hat keinen Sinn. Ne, das macht. Ja. Geht. Lass uns mal nen Berg weiter hochgehen, dass wir mehr Abstand haben. Sonst ist da ganz schlecker Feister. Ja, wir locken sie mal vom Rucksack weg. Ja. Wenn wir hochgehen, erfrieren wir. Okay. Hier ist übrigens ein Weg. Hier ist auch ein Weg. Haben wir nicht was zum Sprengen? Ui. Boah, die sind aber fix, die Jungs, ey. Futter am Stützchen den Weg. Was? Was? Für die Gruppe-Aufferung. Ja. Du frierst, ich frier alle frieren. Hey, Pistol-Book. Wer will Pistol-Book haben? Ja, das sollte Minjas machen. Wieso? Hab ich Waffen? Du brauchst Waffen, oder? Oh, pass auf. Boah, alter Vater, ey. Sind die hartnäckig, die Jungs hier. Das reicht nicht zum Looten. Das reicht nicht. Mann, vor allem ist mir arschkalt, ey. Warte, 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 warte. Halten. Halten. Wenn wir uns weiter zurückziehen, sind wir in der Stadt. Ich hab noch 22 Pfeile. Das könnte knapp werden. Oh. In meinem Rucksack sind noch welche. Ich glaub, wir laufen wieder zurück, oder? Würde ich sagen. What? Also zurück Richtung Jack. Keine Chance, weißt du was? Jawohl. Ja, wir können die ja, wir können die ja umlaufen. Das würde ja gehen. Aber ich bin erfroren vorher. Könntest du schon mal auf deine Sammeln? Okay, ich lauf wieder Richtung Jack. Aber nur, um so mal ein bisschen wegzutreiben. Boah, die kommen aber auch hier. Und jetzt keine Ausdauer. Geil. Und ich erfriere. Lauf! Soll ich sie einfach mal weghalten? Ja, die haben sich aufgeteilt. Erfriert ihr nicht? Doch. Nein. Nein. Also, ich hab nen Mantel an. Okay. Oh, das ist echt schwierig. Pass auf. Auto, 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 Auto weg. Wer im Auto steht. Ja. Ich hab gedacht, da ist vielleicht nen Mantel drin, aber... Werd weg. Werd weg. Werd weg. Wird mit dir nichts zu tun haben. Das ist auf einmal 7. Hinter dir. Michas. Oh! Oh Gott war das knapp. Oh Gott. Da geben wir grad bisschen den Stift. Was? Ist das nen Bataillon oder was? Was hat die uns doch geteilt? Ja, das ist mega. Ich muss mal eben kurz ins Warme hier. Wie klingt das nach viel, was ihr da so macht? 2, 4, 6... Ist das klingt nach viel? Achster, voll, sind nochmal drei, es sind elf mittlerweile. Wie kommen die nach Hause? Das werden immer mehr, ne? Vor allem war Hunger, ich, 4 Prozent. Ich bin mal kurz im Wald hier? Ja, ich erfrier gerade. Jetzt wird's wieder warm. schön warm stoff stoff machen hier die schießt durch die die viecher durch ich krieg's nicht hin ja das bringt auch nichts aber die sind mit diesen ich hätte gern gettling bogen wie bei hobbit das sind doch oft im streitwagen sind doch da um so jörg sprafe fragen aber ich kriege ich krieg den nicht irgendein slingshot channel ja der macht ja der type ja that's it for today i hope you like it let me show you it's features der typ ist geil ist völlig self made geld also er ist in keinem netzwerk und so der war irgendwie manager oder so was also der war immer ein hohes tier hat sich dadurch dass er mittlerweile ich habe keine pfeile mehr ich bin ich bin super ich bin ich bin ich bin einfach weglocken und die die zombies haben wir sind gar nicht mehr so weit weg davon also ihr habt ihr alle jetzt die zombies ich habe freie bahn ich gehe dahin lass sie brennen wir machen die zombies alles klar so hier durch rennen lassen meinst du ich fein die drauf rein und dann die brennen aber nicht oder kann das sein die nicht kommen wir lassen die wir gehen jetzt im berg hoch sind oder und dann hilf mir hilf mir alter nein nein bein ok minias zieht nach damit ist minias muss noch einmal sterben sie haben mich du hast mich zurückgelassen das ist nicht zu fassen das ist mal ein super screenshot hier so ein foto jungs super screenshot nehmt ihr jetzt stirbt der auch noch nein nein alles gut wegen ein scheiß screenshot ja wer geiles screenshot haben will der muss sich auch mal mit gefahr begeben hier nicht helfen ich kann mir auch nicht mehr helfen dann lass doch einfach mal laufen kommt da hinten wird bestimmt gleich wieder grün jeder ist verbrannt das biome da wird's schön warm die karre luten vielleicht sein mantel drin bitte bitte meine leiche ist noch ein mantel drin Den brauchst du ja gleich wieder. Kling, Kleber. Super. Ich bin unterwegs dahin, ja? Ist das ein Bild? Ich glaub mal. Wodan, Wodan. Ich hab's nah anbewegen. Nein, Wodan-Dite. Ich hab eine ganze Zeit gesagt, ich muss ans Feuer. Es war einfach dämlich, sich mit Elf-Holz-Fänner anzulegen. Ja. Warum seid ihr denn? Na ja, gut. Also ich hoffe, dass der Händler hier nicht im Schnee ist. Ich renn mal vor jetzt. Ich mach mal eben schnell die Speerspitze. Mhm. Dann guck mal. Ich bin schon fast da. Ach, du bist so... Ah. Ist da schönes Biom oder ist da immer noch Schnee? Nee, bleibt scheiße. Kacke. Es bleibt scheiße. You are freezing. Jep. Ich mach auch jetzt mal zwischendurch Feuer. Ich kann nicht mehr denn, was ist denn hier warm. Ich kann nicht mehr, was ist denn hier warm. Ja, damit ich vielleicht irgendwie... Nee. Ich wird noch, äh... Cloth-Leg-Armor, bringt das was? Komm, ach. Machen wir mal. Baumstamm. Komm, bisschen Holz. Kein Holz? Fuck. Das ist natürlich shit hier, ne? Stadt hier im Schnee. Ach du Scheiße. Komm nicht da hoch. H3. Find closing shelter or campfire. Or you die. Naja, dead. Stimmt, campfire kann man sich mal machen. Ja. Wenn du keine Zombies hast, dann mal eben schnell zum Aufwärmen. Jute Idee. Aktuell nicht. Ich bin undetektiert. Noch. Stamm. Komm, Feuer. Gut, dass wir das so schwergestellt haben, weil ich meine, sonst würde es ja gar keinen Spaß machen. Echt langweilig sonst. Absolut. Mein Rehen. Rehen ist 15 Grad. Feuer ist eine gute Sache. Aber nicht reinstellen. Oh, Feuer. Super, ja. Du meinst, darf liegen lassen? Ja, gell? Wurr. Die menschliche Schneefacke. Beide craften. Läuft. Bing. Bing. Mein Zeug liegt noch da, oder? Bestimmt. Müsste, ja. Eventuell. Minus 4, Minus 3, das läuft. Ja. Hoch den Zombie mit dem Rucksack. Minus 1. Bin echt geneigt, mich darin zu stellen, aber... Ich überlege auch nicht. Mehr als Minus 3 schafft er nicht. Schade. Es wäre übrigens sinnvoller gewesen, wenn wir die Zombies weggekitet hätten. Und hätten dann, ähm... Wären dann weggelaufen, weißt du? Also, weil die haben 30 Sekunden, folgen die. Stimmt. Ich hab kurz gebrannt. Ich bin schon bei plus 4 Grad. Plus 4? Ja. Was hast du denn da noch an? Hat jemand meinen Rucksack gelootet? Nee. Nein. Ach, da hat er zugeschneit. Nee, nee, aber zugeschneit. Ah. Oh, das ist ein Feuer. Oh, oh. Jetzt geht's wieder runter? Wieso? Ey, ich stehe direkt neben dem Feuer. Mach mich warm. Ich stehe auch direkt neben dem Feuer. You feel warm by the fire. Wie viele Snowberries kann man essen? Drei. Fünf. Drei? Fünf. Ich hab drei gelesen. Okay. Ich hab fünf gehört. Mach mal fünf. Was ist denn jetzt besser? Lesen oder hören? Hören sagen. Hören sagen. Hör ich doch. So weit kann es nicht mehr sein. Weit kann es nicht mehr sein. Gut. Ich bin fast da. Bei dem ist bestimmt schön warm drin. Das wäre jetzt echt eine ganz tolle Sache, ja. Kaufe ich mir erstmal einen Ledermantel. So, jetzt komm ich auch. Seid ihr oben rumgegangen, über den Berg? Ja. Berg hochziehen. Müssen laufen. Schwer. Kalt. Hüpf, hüpf. Ja, durch so viel Bewegung müsste man eigentlich schön warm werden, ne? Ja, im Prinzip eigentlich schon. Da tut sich nix, ja. Hä? Nein. Oh nein. Das Feuer ist einfach ausgegangen. Weil es zugeschneit ist. Nicht gut. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ich muss ja mal eben ein bisschen Spießrutenlaufen machen. Komm, irgendwas warm. Der hat ja straight gelaufen, übrigens. Die spawnen. Ziemlich, ja. Weißes T-Shirt. Minus 18 Grad, Mann. Das hältst du doch aus, Mann. Das ist so klein. So klein. Hunger, Pipi, kalt. Und überall die Typen hier. Ich dreh durch. Ich habe übrigens zweimal Honig, also falls jemand irgendwie Biohazard ist. Ein T-Shirt macht minus 3 Grad, ja super. Nein, auch blöd. Auch schon wieder dumm. Oh Mann. Boff, das geht nicht gut. Das wird nicht gut gehen. Oh nein, Steam. Verdammte. Komm, lauf, Junge. Lauf. Lauf, 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 lauf. Nein. Nein. Boom. Mit einem Schlag hat er mich erwischt, ey. Ach, du hast dich schon wieder mit ihnen angelegt? Ne, nicht schon wieder. Ich bin nicht weggekommen. Weil mir kalt war. Schlecht, ja. Das ist aber der Händler. Ob der Ausflug eine gute Idee war? Ja. Ich glaube nicht. Vor allem wolltest du in der Schneestadt satteln, ne? Kannst du dich erinnern? Folge 1? Da wusste ich ja nicht, dass Schnee war. Ja, gut. Aber? Ja, gut. Wer hat dich davon abgehalten und wird dafür geschältet? Generating Distant Terror. Ja, das Braumoment. Also immer im Einschick hat es immer gedauert. Sport noch mein Bett holen. Ach, ich hatte es so lange nicht alles weg. Ist das schön? Willst du für dich alleine auch, dass das alles weg ist? Ja. Alles. Kann ich schon Leder irgendwas machen? Nee. Scheiße. Was machen wir jetzt? Warte mal. Also ich müsste gleich da sein. Der Berg noch. Und dann müsste er da sein. Und da ist er. Hast du ihn? Ja. Sehr gut. Alter, ist das immer so ein Ding? So ein Vieh? Wow. Was heißt Dingvieh? Naja, so ein Dingvieh halt. Boah, da schlüsst du wie ich meine? Dingvieh. Ach so, ja doch so. Du meinst so so. So die erste Aufnahmesession, weißt du, da kennt er sich mit den Begrifflichkeiten. Ne, ich erklärne. Dingvieh. Der Bergvieh ist halt ein Motz. Du meinst dieses Pling, ne? Oder meinst du die absolut unscheinbare Größe von dem Ding? Das ist, ja genau. Das, die meine ich. Ja, das ist es. Gibt's ein Skill gegen, äh, gegen Kälte? Dickhaut wär noch nicht schlecht, ne? Genau, geil. Schweinehaut. Hautschichten. Oder, oder Kuhhaut. Oder Vorhaut. Ich wusste, dass er es bringen wird. Wirklich? Ernst ab. Dein Ernst. Wieso kommt denn jetzt hier bei der Base ne Horde? Ey, ihr wollt mich doch veräppeln. Nein, echt? Ja, ne kleine nur. Aber auf Insane ist das schon, äh, Wahnsinn. Das ist schon genug, ja. Und das macht schon Spaß. Oh, da ist ein bisschen Stoff. Ich mach mir mal aus dem Stoff was. Alter, geil. Um was anzuziehen. Kloof. Handschuhe? Also wenn ich den Turm daneben loote, das ist nicht schlimm, ne? Da wird der nicht sagen, ey, Alter, bist du nicht ganz tisch. Nee, der wirft uns nur raus um 22 Uhr. Ja, deswegen, ja. Und genau 22 Uhr. Ah, hier kann ich nichts abbauen. Alles klar. So. Die Spikes haben hier wirkt. Guten Tag. Ist auch da. Hallo Minias. Schön, dich zu sehen. Ich klau mir die Blueberries. Genau, das war klar. Ich hab mich das nicht getraut. Hier sind so Vending Machines. Ah, wo? Ach, der Wodan ist hier. Da ist aber nichts drin. Ich wollt nicht nochmal sterben. Ich muss da einfach irgendwie meinen Rucksack holen. Oder ist da was drin für dich? Nee, da kannst du was reinmachen. Das wird dann von virtuellen NPCs verkauft. Hey. Jimmy. Hiya, my dear Moins. How do you, Jimmy? Ding, ding, boing. Oh Mann, ey. I can stand as well. Okay, kann Kohle kaufen, Rima Frames, Tin Land Mines. Wenn der Hopfensamen hat. Wenn der Hopfensamen hat. Okay. Hat er. Dann brauchen wir auch noch ein Buch zu. Ja, aber wenn der Hopfensamen hat, wäre super. Oh, der hat ein paar schöne Barrels. Erstmal verkaufen. Das sieht ja geil aus. Der hat ja so Armschienen. Face Price. Ja. Ah, Sell Price. 72. Okay. Der kann ich nicht verkaufen. No Sell Price. Hat der Tattoos im Gesicht? Es gibt doch Ohrringe, ne? Tattoos. Die kannst du anlegen. Gesichtspiercings oder so. Ach so, okay. Ein Eye für 4 kannst du verkaufen. Ein Eye für... Ein Eye von 4? Ein Eye für 4. Blut ist nicht. Den kann ich noch verkaufen. Du meinst, wenn ich mir jetzt 6 Eier verkauf, geht's ab? Dann... Geht's ab. Machen wir das Spiegelei her. Watch Iron will da nicht. Kleber. Iron Arrowheads will da. Wie verhaken jetzt? 400, hab ich schon. 400 Ocken. Da lieber kostet 5900. Was? What the fuck? Inflation. Inflation. Ah, guck mal hier. Animal Hype Poncho bringt 115. Und ich kann, glaube ich, noch jemanden machen. Oh, nee. Fucker. Hast du fucker? Hat der fucker gesagt? Hat der gesagt. Hast du den Turm schon gelootet? Ja. Kalk schon. Ich bin leidig. Fucker. Ich besorg mal ein bisschen Eisen hier. Jo. Ist mir eigentlich immer noch kalt drin? Du. Du denn jetzt, Alter. Schreibe die an. Eisen. Okay. Hast du Hunger? Ob ich Hunger habe? Ich habe mir was gerade gebraten. Ist da Feuer irgendwo? Hier. Hier. Ja, ja. Vor der Tür. Hier. Liegt am Boden. Und ich habe hier so eine Black Shorts. Aber die werde ich auch nicht mehr verkaufen. Und die kannst du, du hast keine Hose an. Hier. Zieh mal an. Bei der Kälte würde ich eher die Hose anziehen, als sie verkaufen. Ja, und so viel bringt die auch nicht. Jetzt bin ich auch gut. Frierklöten. Ja. So. Plus 14, dann ist doch mal was. Kannst du rinchen in denen, wenn ich da drin bin? Ich will nicht. Kann ich. Ich bin jetzt drin. Bist du drin? Nee, kann ich nicht. Du siehst aber auch echt fies aus. Ja, ich weiß. Ich will aber nicht in ihn rein. Geh rein. Du siehst aus wie Freddie Mercury. I want to break free. Ding, ding, ding. I want to break free. Das bringt mit Messer. Das bringt gar nichts. So, was zeigt den Kofen? Was wolltest du noch mal haben hier? Hopfensamen. Wieso denn Hopfensamen, Alter? Weil du die nur kaufen kannst beim Pender. Facing and Brewing kann ich hier. Ja, dann brauchst du auch noch ein Buch dazu. Ja, das kannst du hier. Und, und, und. Langsam, langsam weg. Rückwärtsgang. Und tschüss. Da habe ich mich zu tiefen Ammordor reingewagt hier. Guck mal hier, ein Orga für 11.000. Das ist ja eine krasse Sache. Ernsthaft? Ja, ja. Total geil. 11.000. Auch gar nicht mal so schlechte Sachen halt. Vom Level her. 20 Bugshorts kosten 106 Schäkels. Alright. Keep on rollin'. Keep on rollin', baby. You know what the hammer there is. Don't 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 don't. Wobei ich das nicht gut finde eigentlich. Also gut? Das Lied? Ja. das zu mainstream und welchen redit spricht hier von dem biscuits mann minja ernst gut das bringt alles gar nichts weil ich hier verkaufen wird holzkassen verkaufen im ernst bist du das ja so ein bis geht es allgemein kommerziell oder 50 heute ein was ich wollte sagen bis geht es doch ich höre der rock was hörst du denn lipbiscuit naja kommt schon gute titel dabei ist das habe ich auch noch geschehen wird aber weil du gerade erzählt ist kommerziell ja kommt das andere limbus geht ja ansonsten nicht vielleicht poppig zu poppig ist auch gerade jetzt eine gaspumpe reinkommen und ein barstuhl gut das war kacke nicht erfolgreich da müssen wir noch ein paar sachen holen der wechselt auch jeden er sagt wenn du weg ist halt hat jeden tag ein wechselndes sortiment hier her laufen täglich genau hast du noch hunger jack hier von der tür ist ein feuerchen habe ich angemacht ich hab doost auf jeden fall kann ich auch geben ich habe noch zwei golden rot dabei eigentlich golden rot oder red red rot und ansonsten könnte ich ein bisschen schnee abkochen ich habe blechdosen dabei du hast das war aber kein golden rot nein das war red rot also hier kommt man das noch was noch fleisch reingepackt ich habe noch fleisch einstecken willst du sechs stück herrschaft zeiten hier ja ein bisschen besser ist ja gut schnapper ja komm hier ja ich hab auch noch mal liegt am boden nimm dir das fleisch ist schon gebraten nice dinge da werden wir über die runden kommen brauchen wir die anderen beiden nicht bitte was ja komm du mal nach hause hier ich mach dir hier schön im bett aufgeschnüttelt das feuer angemacht damit du will aus dem schnee kommen schön warm ist wieso machst du bottlen murky water lass das brech das ab bitte nein nicht lass das bitte doch du kannst es nicht direkt klinken nein dann mache ich es noch mal rein geht ja immer noch nicht du kannst ja kein bottled water glaub mir doch bitte aber du willst direkt den tee verarbeiten ja nee kann doch daraus jetzt bottled water machen echt ich wollte gerade sagen du brauchst einen Topf für ja du brauchst einen Topf für da hab ich gedacht Klugscheißer niemand mag Klugscheißer nee Wodan sagt ab hier die Scheiße Wodan sagt ab das bringt ja nichts ja niemand mag Klugscheißer und damit verabschieden wir uns wenn es nächstes mal wieder heißt 11 sind zu wenig und zwei sind einmal zu viel und drei sind ne Party ne Demo ab 5 mal ist ne Demo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder also bis dann tschüss